Ich bin heute mit Vitamine in Nutro-Fanburg, ein zweiter Fake-Extricolor unterwegs und wir werden heute mit Vitamine als zweiter Fake-Extricolor hier Sachen aus Raum und Stress anzetteln. Juuu! Und ich würde sagen, äh, fahren wir mit einem Auto oder mit zwei Autos? Äh, ich fahr bei dir mit, ich werd mich dir anschließen. Okay, aber denkst du, der Plan wird heute aufgehen? Ich hoffe mal, ich hoffe mal. Also es wäre echt Oberarfen geil, wenn wir das halt hinkriegen würden so. Aber zuerst muss ich nochmal tanken gehen, sonst ist gleich der Sprit wieder leer auf dem Weg. Aber, ähm, aus Erfahrung weiß ich ja eigentlich, dass das eigentlich immer funktioniert hat in den Regeln. Man muss halt nur die dummen Leute erkriegen, die das halt nicht checken hat, ne? Ja, das stimmt, das stimmt. Ähm, ich geh übrigens kurz das Geld holen, ja? Oh ja, ja, hol mal ein bisschen Kleingeld, weil wir müssen... Willst du, willst du? Ja, okay, warte, 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 warte. Okay, 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 warte, warte. Äh! Ah, komm, komm. Let's go, Alter! Let's go! Oh mein Gott, so viel Geld wieder, Leute. So, mal gucken, wie wir heute rauskommen. Ich halte einfach hier irgendwas in die Hand, damit es so aussieht, als wenn ich dich festnehmen will. Na klar, stimmt, wir haben ja gar keine Waffen uns geholt. Oh man, Leute, wir müssen erstmal Waffen holen. Oh, 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 okay, okay, wir brauchen erstmal Waffen. Wir brauchen erstmal Waffen, das ist immer wichtig und richtig. Wir sind gerade beim Waffendealer vorbeigefahren, ne? Ja, 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 der ist gleich hier um die Ecke. Ich weiß nicht, äh, fahren wir erst da hin oder wo fahren wir hin? Ja, ich würde sagen, wir fahren erstmal hier zum... Oh, 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 da kommt... Nein, bitte nicht, 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 bitte nicht. Oh, okay, okay, okay. Hey, Junge, wir sind Essikala, warum schießt ihr auf uns? Okay, 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 wir müssen, glaube ich, wir müssen... Ah, nee, wir gehen woanders hin, wir gehen das woanders hin, das ist mir, glaube ich, ein bisschen gerade zu kritisch. Oh, ich bin geblüht. Ach, vielleicht würden wir aussteigen, dann denkt der doch safe, dass wir irgendwie Polizisten sind, oder? Weiß nicht, es gibt doch Leute, die wollen einfach so einen Knasten, da geben sie auf alle Seiten einen feuchten Furz, so, ne? Ja, stimmt, das stimmt. Dann warte, ich nenne doch die Fernsteuerung, ich weiß nicht, ob die was bringt, wenn ich in deinem Auto sitze. Das ist echt schon eine gute Frage, das muss man immer austesten, wirklich gesagt. Aber ich habe auf jeden Fall Sniper, M4 und MP5 und vier Bomben, das sollte reichen, oder? Das sollte auf jeden Fall reichen, ich würde sagen, wir fangen erst mal langsam... Ah, Mann, da ist ein Zaun, wir fangen erst... Jo, ey, du hast mir richtig Schaden bekommen. Och Mann, ich sehe nicht, das ist so dunkel. So, jetzt ist es dein Turn, geh mal rein und dann warte ich hier draußen. Ne, ist eh, aber ich höre mir gleich Äpfel, nochmal drei. Halt hier auf jeden Fall Waffe. Kommt überhaupt Polizei, ich glaube, die kommt gar nicht, ne? Ne, also aktuell ist hier nichts los. Wir haben aktuell zwölf Polizisten, dafür, dass es hier so ruhig ist. Hast du schon ausgeraubt eigentlich? Oha, ne, ne, hier war es schon leider. Achso, hier war es, ah, okay, okay, okay. Ich will nicht, dass du uns Ben hier noch verrät, ey, Ben! Ja, Ben ist einfach unser Ablehnungsmöbel, so. Feier der Fälle, ne, zwei orange Autos, das passt dann, ne? Ach, Mann, ich kann nicht fahren! So, jetzt aber, meine Güte, komm, wir kriegen das Set, ey, wir sind gleich tot, einfach. Ich kann das alles nicht mehr. Also, ich habe gerade noch ein paar Äpfel gegessen, mir geht es gerade ganz gut. Okay, was ist eigentlich das Hauptziel? Müssen wir die Bank ausrauben? Ja, ich würde sagen, die Bank ausrauben, wir müssen uns ein bisschen rantasten, ne? Ich würde sagen, wir gehen Juwelier erstmal. Ja? Das ist eigentlich so ein perfekter Ort, um zu testen. Ja, du hast eigentlich recht, ne? Der Juwelier, da können die echt denken, dass wir schon vom SEK sind oder so. Das kann sein, ne? Muss ja nicht heißen, nur weil orange Autos haben, das ist ja auch hochkriminell. Obwohl, der Bentley ist eigentlich schon hochkriminell, wir fahren eigentlich voll das Auto. Ja, okay. Aber egal, das ist egal, das ist egal, weil vielleicht denken die jetzt einer drin und wir sind drin und haben die schon festgenommen, so, ne? Vielleicht denken die jetzt einfach so. So, dann sehen wir mal gucken. Guck mal, wir haben aktuell zwölf Polizisten einfach und, Junge, der chillt da. Wow, zwölf Polizisten, okay, das kann gleich echt ekelhaft werden, aber wir gucken mal. Okay, der hat uns nicht erkannt, das ist schon mal gut, das, ich, ich sag doch, das funktioniert schon. Wir brauchen nochmal, wir brauchen einfach wieder mit dem Auto schön sitzen, die Aura, das ist einfach schon, wir sind einfach schon undercover. Oh, okay. Ja, oh mein Gott, Alter, hier ist ja richtig viel Polizei. Komm, sollen wir mal... Aua, ich steck aus, ey, 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 Junge. Oh, 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 da macht der was, der checkt, glaube ich, aber... Aua, oh mein Gott. Nein. Ja, hier ist der Sekaler, nein. Warte mal, checkt der? Oh nein, der hat das auch. Nein, nein, okay, ich muss schießen, ich muss schießen. Okay, ich schieße auch. Ich schieße auch, nein, nein, nein. Nein, oh mein Gott. Okay, ich habe gleich das Problem. Ja, ich habe auch ein Problem. Oh mein Gott, hier ist zu viel Polizei, habe ich eine ganz schlimme Idee, ganz schlimme Idee. Nein, ich wurde getrasiert, was? Nein. Oh mein Gott, okay, ah, ah, oh mein Gott. Na, hier, ich hätte abgeschlossen. Oh mein Gott, hier, einer ist down. Nein, 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 das ist frei. Nein. Nein, er darf mal, darf mal, nein. Nein, ich bin doch nie tot, ich bin doch nicht antes. Oder bin ich tot? Nein, ich bin nicht mehr tot. Er hat uns beide, was? Bist du im gleichen Auto eigentlich? Ja, ich bin im gleichen Auto. Hallo, hallo. Alter, wir machen den Trick. 8K und wir kommen raus. Was? Du sagst einfach, du bist schlecht? Alter! Was für schlecht? Deshalb hat man sich mal eins gegen eins hier. Ja, ey, wir sind gut. Vielleicht haben wir uns das Glück, sogar wenn dieser Ben dabei ist, wie er uns wieder sieht, dass er uns vielleicht dann anrampelt und hübt und dann, ne? Weißt du, was ich meine so? Ja, stimmt, stimmt, stimmt. Aber ich glaube, der wird nicht denken, dass wir im lilaen Auto sitzen. Ja, aber wir sind gut, wir sind gut. Hä? Weiterhin? Hä? Hallo? Hat er uns wieder vergessen? Hallo? Hä? Hallo? Kann das denn... Ist das ein korrupter Cop? Will er uns zum Autohentner bringen? Ich hab keine Ahnung, was der mit uns macht. Komm, fahr links, 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 links. Okay, er fährt im Kreis, er fährt rechts. Hä? Wo fährt denn der denn jetzt hin? Oh, nein. Nee, ne? Der will jetzt nicht noch einen festnehmen. Oh mein Gott, der wird festgenommen. Was? Der Porsche kann nicht kommen? Oh, ich wollte schon sagen, er hat uns fast was vergessen. Hallo, Nils! Hä? Was? Hä? Ach Gott, zwei Sekunden Zeit? Was? Oh mein Gott, hä? Okay, ja, 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 okay. Okay, Fubius, mach ich. Aber warte mal, müssen wir jetzt beide 8K geben? Ich weiß nicht, glaub du erst nur. 8000. Ey, wenn der trollt? Hey, pff... Okay, abgezogen? Troller. Einfach... Hä? Er hat einfach gescammt. Junge, er war so ein Scammer! Hä? Warte, oh mein Gott, warte mal. Ist der nicht jetzt auch noch scammt? Ich weiß nicht, warte mal, ich muss nachgucken. Wo ist die Bank-App? Ah! So, mal gucken. Wir haben jetzt... Okay, jetzt habe ich wieder getasert. Mal gucken, lässt er uns frei? Ja, mal gucken, ey, was macht der mit uns? Ey, wenn der jetzt nicht wieder das... Also entweder hat er uns wirklich jetzt gescammt, oder wir werden freigelassen. Bitte? Ja! Oh ja, er lässt uns wirklich frei! Oh! Nice! Wir könnten ihn töten, ne? Sollten wir versuchen? Ich weiß nicht, sagst du! Also, wenn der jetzt doch drin bleibt in der Bude, das wäre ich was möglich! Hallo, der hat mich immer noch nicht losgelassen, ey! Der Bruder will gleich nochmal 8K, ich sehe es schon kommen. Achso, viel Spaß, wir kommen euch eh wieder. Ah, nee, okay, der fährt sofort weiter, das lohnt sich nicht. Okay, dann holen wir einfach mal... Ich würde sagen, wir holen uns mal so ein typisches SEK-Fahrzeug. Hier, mein Lieblingsauto, den T6. Wir müssen nur noch einen Schwarzen fahren, einmal kurz. Und dann sollten wir, glaube ich, vielleicht ein bisschen weniger... Oh, oh. Meinst du, der andere Polizei checkt? Nee, ich glaube nicht. Ja, safe nicht, safe nicht. Das könnte auch ein orangenes Polizeiauto sein, so ist es ja nicht, ne? Ja, wir sind hier auf jeden Fall die... Fake SEK-Alar, bitte keiner uns mehr festnehmen! Also, wenn wir jetzt nicht festgenommen werden, das wäre dann, äh... Oh, das wäre noch ein Polizist. Ach, dann ist der gleich Polizist, okay. Dann wäre das natürlich perfekt. So, einmal kurz hier... Oh, nein, das sind alles SEK-Alar, nein, hallo, ey! Nein, ey! Ich wollte doch nur mein Auto umfärben! Die verfolgen einfach gleich wieder! Ich habe irgendwie das Gefühl, das ist doch ein bisschen klüger als gedacht, irgendwie. Ja, das ist so ein OP-Server hier. Das ist jetzt so ein Fünf-Cops-Server ist, das sie... Die sind einfach zu klug dafür. Ich glaube, wir könnten versuchen, vielleicht die Bank auszurauben, wenn wir jetzt mit dem T6 unterwegs sind. Ja, mir ist es egal, ich bin ready, Alter. Ich habe alles mit, was wir brauchen. Alles? Okay, easy. Wir könnten dann echt schon mal versuchen, ob das funktioniert mit dem Ding, mit dem Hackergerät. Ob wir jetzt da hinten reinkommen, dann können wir schon den T6 da hinstellen. Okay, aber das Einzige, was ich glaube ich noch brauche, ist ein bisschen Cookies. Ich habe gar keine mehr. Ja, der guckt auf jeden Fall, ne? Ja, der guckt, der wartet, der wartet, was wartet der? Nee, ey, wir haben keine Zeichen. Warte mal, kann das vielleicht sein, dass es da kein Polizist und er denkt, sind wir wirklich Essikaler? Oh, 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 okay, nee. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Okay, aber ich glaube, er hat doch schon ein bisschen nachgedenkt, also denken müssen irgendwie. Ja, weil der unseren Namen nicht gesehen hat. Überleg mal, wir hätten jetzt noch irgendwie so einen blauen Namen oder so, wenn man die Farbe ändern könnte. Das wäre es, das wäre es. So, wir gehen mal kurz über den Buckel. Achtung! Okay, das war ein bisschen doch unspektakulär, als ich gedacht. Ähm, so. Ich würde, du wirst einen richtigen Raum geben beim Autofahren, ne? Ich bin Profi. So, gucken wir mal. Okay, geht das jetzt auf? Hä? Warte mal, was, wenn ich mich da vorstelle? Nee. Hä? Wow. Hä? Geht nicht. Das geht aber nicht. Wir wurden abgezogen vom Spiel nochmal. Ey, nein, Mann. Oh, oh, was wird der von uns? Oh, 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 oh. Komm, wir gehen mal raus, wir gehen mal raus, wir laufen an ihm vorbei. Wir laufen an ihm vorbei, müssen ja nicht sofort reinrennen. Okay, das ist keinem vorbeilaufen, aber okay. Ich habe geschossen. Egal. Oh, mein Gott. Okay, okay, okay. Vorher drauf, 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 drauf. Okay, let's go. Ich habe den Färken geschlagen. Oh, 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 oh. Oh, jetzt kommt ein bisschen hagelig werden. Jetzt kommt tatsächlich noch mehr. Aber ich glaube, er hat es, bevor du auf ihn nicht geschossen hättest, hat er es nicht gecheckt. Okay, einen habe ich. Oh, der ist down, der ist down. Okay, da ist noch einer hinten, der ist am schwarzen Wagen. Der kommt jetzt. Hinter dir. Nein, der ist einer, glaube ich, der ist die erste Zivile. Nein. Ey, lass mal mein Kuppel. Hä? Wie schlecht er jetzt denn gerade? Oh, ich bin im Auto drin, okay? Nein, 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 nein. Ey, ich habe keine Leben mehr. Okay, der ist down, der ist down, der ist down. Oh nein. Ich habe mich einfach im Polizeiauto versteckt. Äh, toll, wo bist du? Ich bin in einem anderen Polizeiauto von einem Typen, der gestorben ist. Okay, ich hole dich frei. Ja, 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 wenn du es kannst. Ja, ich renne. Ciao, ihr Loser. Oh, nee. Oh. 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 Ja, das kann ich sein. Alter, wie viel? Oh. Oha, du bist ja voll gut mit der Sniper. Ja, ich habe einen nur getroffen, ne? Mehr nicht. Ja, aber der ist sofort down gegangen, so deswegen. Ja, okay. Ja, das war. Oh nein, ich bin festgenommen. Ich wurde auch eliminiert. Nein. Hä? Okay, ja, ich, ich liege hinten verletzt am Boden. Bitte helfen Sie mir. Oh, nee, bitte nicht. Okay, warte, wir müssen es nochmal. Äh, 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 let me free for 8k Euro. Was? Ja, 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 weil ich bin festgenommen und der Typen haben wir wiederbelebt. Oh, oh. Oh nein, bitte. Bitte, bitte. Hab Gnade. Oh, er hat keine Gnade. Er hat keine Gnade. Bitte. Nein, 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 nein. Bitte, 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 nein, 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 bitte nicht. Oh mein Gott. Astrid. Brä. Was denn jetzt? So, dann gucken wir mal, wir sind einfach wie ein SEKler gekleidet und sehen so aus, also wer jetzt nicht denkt, dass wir Fake SEKler sind, oder der denkt, dass wir halt nicht SEKler sind, der ist einfach blöd. Der ist einfach blöd und sollte sich die Brille aufsetzen. Ich glaube, die werden auch mittlerweile alle gecheckt haben, dass hier so zwei komische Typen rumlaufen. Nein, ich glaube das nicht. Da gibt es immer den einen oder anderen, der mal wieder die Brille wieder halb sitzen hat. Egal, ey. Egal, egal, wir gehen einfach mal rein, wir gucken mal nach hier. Wir sind ja selber Polizisten, ne? Eben, eben, wir gucken jetzt hier, ob hier alles in Richtung Ordnung ist, hier, ne? So, okay, ich glaube, den können wir ausräumen hier. Ja, den können wir, den können wir, den können wir, den können wir, den können wir. Let's go. So, erstmal hier gerechtfertigt, den auch mal kurz aufmachen, reinzugucken. Und da war... Oh mein Gott, okay, eine Waffe. Naja, immerhin eine Pistole. Ja, 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 Waffe, 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 Töten. So, ich nehme schon mal ein bisschen Geld mit. Ich gehe mal rüber, so, mal gucken. Polizist, Achtung! Nein! Nein, 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 nein. Ey, ich bin Fake SEKler. Bin Fake SEKler. Okay, hab ihn. Macht er was? Achso, der ist tot? Also, er ist tot. So, 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 okay, nochmal jetzt hier ausräumen. Ich wollte gerade nur... Ich war voll abgegangen, ich war voll in meinem Tunnelblick wieder. Ey, ich auch, ich gucke trotzdem noch, ob hier drüben geht. Und drüben geht auch, oh mein Gott. Nein, echt? Ja, mach, hä? Okay, let's go, let's go. Okay, Sprengung ist aktiv. Hier liegt auch eine Waffe, komm. Oh mein Gott. Alter, hier liegt einfach eine MP5. Noch nie, ehrlich gesagt, zwei Container gleichzeitig aufgemacht. Boah, ich dachte jetzt echt, jetzt kommt ein Polizist, ne? Komm, trüttereib, ich glaube, es ist auch kein Polizist, das müssen RTW sein. Nee, ich dachte, du, du bist ein Polizist, das denn? Achso. Ja. Warte mal, das ist ein RTW, genau. Okay, jetzt kommt Polizei. Da kommt Polizei. Okay, was machen wir? Ähm, vielleicht versuchen wir noch ganz gechillt rauszugehen mit langen Waffen, so. Oh, oh, wo ist der? Wo ist der? Oh, das ist der. Oh, okay. Die sind hier bei der Treppe. Und die haben gute Hits abbekommen. Oh, ja, oh, er ist down, er ist down. Oh, der ist auch hinter dir, hinter dir. Hinter mir. Komm, 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 der ist auch hier. Ja, ja, oh, ja, oh, ja, oh, da kommt noch mehr. Jetzt kommt alles, jetzt kommt, äh, abhauen, abhauen, es kommt alles, alles, alles kommt. Wo geht's hier lang? Wo geht's hier lang? Wo ist das Auto? Wo bist du? Ja, hier ist der Schwarz, C6, sie sehen nichts. Oh, ich bin drin, ich bin drin, ich bin drin. Oh, ich springe unten. Jo, ich bin drin. Okay, okay, okay. Okay, okay. Okay, okay, okay. Oh. Ich glaube, wir haben die gerade ausgetrickst. Alter, das war übel strong. Ich glaube, wir haben die ausgetrickst. Da hat keiner irgendwie nachgefragt, dass wir, ne? Ich glaube, die haben das nicht gecheckt. Nee, und jetzt? Und jetzt? Was gut ist, die sind jetzt alle beim Hafen. Eigentlich könnten wir jetzt easy in die Bank spazieren, ne? Oh, warte mal, wir fahren mal ein bisschen außen rum. Das wird safe nicht auffallig. Junge, ey! Guck mal, juckt ihn nicht. Oder? Ja, stimmt. Oder juckt es ihn? Oh, nee, der Ben, der ist einfach da durchgefahren. Der denkt jetzt, wir sind nicht kriminell. Stimmt. Oh, oh. Wie ist denn weggenockt? Okay, so, voll Karacho. Okay, du musst entscheiden, ob wir jetzt die Sachen saven. Nein. Oder Juwelier oder Bank. Risiko, voll rein in die Bank. Okay, okay, okay. Voll rein. Ich hab mit einem Leiter dabei. Nichts steht aus dem Wege. Normal. So, einmal an hier, Handbremse ziehen, Motor aus, gucke ich erst noch nebenbei und dann rein in die Butze hier. Okay, ich bin gespannt, ey, wenn das jetzt funktioniert, ne? Ich setze dann gleich sofort die Leiter auf, dass wir schnell fliegen können, in Falle der Fälle. Okay, okay, okay. Explosion! Oh, mein Gott. Okay, 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 okay. Lass erstmal schnell aufmachen, erstmal hier den Fluchtkorridor. Alter, okay. Platzierst du gleich die Leiter? Ja, 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 ja. Okay, ist offen, ist offen. Ich platziere jetzt die Leiter. Okay, Leiter ist platziert. Du kannst jetzt rauben, 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 rauben. Okay, ich habe noch eine Bombe vor die Tür gelegt. Smart, smart, wirklich, habe ich noch nie daran gedacht. Nein, ich habe die Leiter weggemacht. Oh, hier kommen alle. Oh, mein Gott, okay, Polizei, komm. Du musst doch noch ein bisschen folgen mit dem. Ja, 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 ja. Ich muss passen aufmachen. Oh, der ist einer, der ist einer, bitte nicht, bitte nicht. Ja, ja, hier ist einer. Nein, okay, okay, der hat, der checkt, der checkt, der checkt. Oh, mein Gott, er will mich festhalten. Nein, der hat mich. Was? Oh, mein Gott. Pass auf, da oben der Ecke ist noch einer. Oh, mein Gott. Das ist Nils, der hilft uns. Ah, Nils. Oh, ich muss, oh, ich muss alles töten. Okay, ich weiß nicht, warte mal, Bote, ich weiß nicht. Oh, ich war tot, oh mein Gott. Was geht hier dann ab? Eskalation. Oh, oh, ich glaube, Nils kommt, oder? Oh, er lässt Nils in uns in Ruhe. Nils lässt uns, Nils lässt uns. Hat er mir gar nicht aufgeschossen, deswegen. Wo ist der? Nein, nein, warte mal, warte mal, Nils freut. Ich habe mir den extra noch mal geschossen. Oh, pass, 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 pass. Oh, 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 oh. Okay, den einen Essikaler habe ich da ausgenommen. Ja, da kommt jetzt alles durch die Tür gestürmt. Oder? Ja. Oh. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott, ich muss los, Nils. Rennen, rennen und erleben. Ja, Leute, ich wurde einfach festgenommen. Das, ich weiß nicht, also irgendwie, der Server war doch ein bisschen klüger als gedacht. Alter, wie viel stürmt der denn raus? Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Alter, was ist das für ein Server? Hier sind so viele Leute. Oh, nein. Oh, nein. Oh, oh. Oh, oh. Oh, nee. Oh, nein, ich bin so wieder eingeknostet. Ich glaube, Leute, das war's. Irgendwie ist Vitamine irgendwie zu Profi einfach als Essikaler. Nein, ich weiß nicht. Einfach, ich hab Glück gehabt. Bis zum nächsten Mal.